Hallo Leute, ja wir sind hier in der Serpentine auf dem Weg. Da unten sind wir eben hochgekommen, jetzt gehen wir hier weiter, sind gleich am Gipfel, da schauen wir mal nach dem Logo, was da oben so los ist. So, weiter geht's. Ein bisschen schneller. So, jetzt sind wir wohl oben. Irgendwo hat einer gerade Waffe gezückt, aha. Ja, es läuft wieder richtig gut mit dem Dingens, ne? Okay, ich glaube das war's. Ein bisschen Loot hier noch. Habe ich ihn schon wieder eingesammelt oder ist er hier noch irgendwo runtergestürzt? Oh, da geht's ganz schön runter. Das sieht so aus wie ein Krater oder so, ne? Wo war denn unser Turm hier? Da rechts und da unten drin ist natürlich der Weg da hin. Ja, dann Ich glaube, wir gehen hier lang. Ist hier ein Abzweig? Naja. Sieht hier zwar so ein bisschen so aus, aber ich glaube, obwohl, komm, wir gehen hier runter, geht. Aha, da ist schon der nächste Weg. Und danach wird's dann ein bisschen krippelig. Ich glaube, hier geht's runter, oder? Oh, zwei. Einer ist 95. Warte mal. Okay, der ist jetzt hier unten wahrscheinlich. Der ist 200. Ah, da oben ist noch einer gewesen. Okay, dann nehmen wir erstmal den hier unten. Aber sieht richtig cool aus hier, ne? Muss ich sagen. Wenn ich jetzt hier runter links würde, vielleicht doch, glaube ich, zum Abrutschen. Ah, guck mal hier. Kein Ei. Kein Lufterfrischer. Saftiges grünes Ei, okay. Okay, aber hier geht's jetzt wieder hoch, kann das sein? Aber da gibt's eine Kehre und da ist der Weg da vorne gleich, okay? Glaube ich jedenfalls. Sieht auf jeden Fall so aus. Ja. Gut, wir sind auch schon auf einem guten Weg nach unten. Ja, sehr cool gemacht hier. Ah, da rechts ist die Statue, ich sehe sie schon. Okay, wir gehen da hin und aktivieren erstmal den Punkt hier. Einmal schnell Reise freigeschaltet. Und was ist da drüben zu holen? Ein Dungeon. Ist hier sonst noch was Schickes? Ich glaube nicht, ne, oder? Doch, da hinten ist ein Ei. Das holen wir uns noch. Was war das? Gras. Holz. Dann holen wir uns gerade noch hier das Ei weg. Wir machen mal ein saftiges grünes Ei. An diesem See. Da komme ich nur da drüben rauf. Dann kann ich auch wieder zurücklaufen, oder? Da rechts bei ja wohl nichts mehr, oder? Könnt ihr hier mal gucken, aber geht hier einen Weg hoch. Okay. Was sind das für Säulen? Oh, Wasserfall. Das sieht ja krass aus. Und da gibt es auch ganz viele grüne Dinge, sag schon. Statuen. Liftpunks. Sehr cool. Ich höre schon wieder irgendwo, weil wir hier schießen, ne? Da unten. Der stopft immer viel zu lange, ne? Der ist schon down, da ist noch einer. Der ist auch down. Oh, der hat zum Baum erwischt. Okay. Hier ist so ein schicker Baum mit diesen Früchten. Elektrofrucht. Da ist noch einer. Sollen sie das? Ich glaube schon, oder? Komm du mal wieder rein. Ja, wir könnten jetzt da drüber schwimmen. Das ist schon wieder dunkel, so ein Shit. Ja, komm, versuchen wir mal da drüber zu schwimmen. Vielleicht können wir da anlanden. Sieht so aus. Okay, dann schauen wir das mit dem Klettern auch. Aufheben. Und es war noch eine zweite hier. Aber sie sehe ich jetzt gerade nicht mehr. Da leuchtet was grün. Das heißt, wir müssten da drüber. Aber ich sehe, es ist einfach zu dunkel hier. Ich sehe nicht, wie es da weitergeht. Können wir mal gerade gucken, wie tief das Wasser ist. Eisgrat, okay. Aber hier kommen wir rüber. Ich glaube, da kommen wir auch rauf, oder? Gut. Können wir uns ausruhen, geht. Können wir uns ausruhen, geht. Können wir weiterlaufen, geht. Und da ist schon die zweite Statue. Sehr schön. Und da plätschert das Wasser runter. Das sieht schon krass aus. Da haben wir hier rüber geflogen. Gibt es hier noch was? Ah, da gibt es noch ein Ei. Guck. Hat sich ja gelohnt, hier hinzukommen, das heiße Ei zu holen, oder? Da ist nichts. Krater einmal hoch. Ich glaube das soll, ich hoffe es, ja. Da ist leer, kann man nicht so wirklich hoch, oder? Ok. Da ist nichts zu sehen mehr. Da war dieser Baum. Schwierig, ne? Da läuft das Wasser rein. Probieren wir, ob wir hier noch hoch kommen. Sieht gut aus. Noch ein Stück weiter. Ok, dann sind wir wohl oben. Na oben sind wir noch nicht, hier geht es irgendwie noch höher, aber für das erste erst. Was sagt die Karte? Ok, noch da wäre dieser zweite. Sprungpunkt, Schnellreisepunkt. Ok. Ich würde ihn tatsächlich mal gerade nehmen wollen. Obwohl, ich weiß nicht mehr. Da geht es wieder zum Wasserloch. Gucken mal, ob wir hier hochkommen. Ok. Wird knapp. Da war es schon so knapp, dass wir da nicht mehr hoch gekommen sind. Warte, was war da oben zu sehen, was grün ist? Nein. Das war der Mond oder so. Gehen wir erstmal hier nochmal hoch. Hm. Ist ja ein Pass, ne? Da gehen wir mal den Pass hoch, oder? Viel Dank, ja. Das ist eine Hochebene. Warte. Ok, es ist wohl so, dass wir hier zu dem Ding ins kommen könnten. Ah, dahinten ist es schon. Hm. Davor war gerade was grünes zu sehen. Aber nicht das, was ich suche. Ist das die Statue? Ja. Ja. Und da ist noch so ein Loop-Mod. Ich glaube den haben wir jetzt gerade nicht getroffen so richtig. Dann muss ich doch den anderen rausholen. Oh, das hat er dann schon gemacht. Ich hätte gedacht, ich hätte ihn eingesammelt. Habe ich aber wohl nicht. Naja. Ist das schon wieder erledigt, ne? Ah, da ist der Nächste. Dann muss er doch wieder raus. Ich kriege nichts geschossen, ne? Diese habe ich auf jeden Fall noch nicht, ne? Ich bin down. Ja. Niederlage. Wieder Einstieg möglich, ne? Ja. Wie ich sag jetzt nicht, ich kann nicht an den anderen Stellen wieder rein. Ah, dann da nur und da noch. Okay. Wo nicht war das? In der Mega-Sphäre, wo sind meine Sachen da? Alles Nebel natürlich, oder? Kann ich das auch so machen? K.O.-Kiste. Sag ich jetzt nicht, ich muss jetzt ewig hier alles einzeln drücken. Das kann nicht sein. Hier muss doch einfach ein Knopf sein, oder? Ich kann nicht alles mitnehmen. Das war wahrscheinlich das, sonst hätte ich das vielleicht auch alles genommen. Ich geh davon aus, dass es zu viel war. Warte mal, dann schmeiß die Knochen mal gerade raus. Und nimm lieber diesen Schweinebraten mit. Das Gläder mach auch lieber hier und nimm die Eier mit. Ich kann das auch noch öffnen. So, jetzt muss ich aber erst anziehen, ne? Ja, wo ist meine Kleidung? Da kommt der Gleiter hin. Körper, Schild, Kopf, Waffe, noch eine Waffe. Die können wir auch noch nehmen. Geht das bei Accessoires? Ne, dann war's das. Warum macht er jetzt so? Die beiden Eier legen wir da noch rein. Dann kann er die essen. Und das können wir jetzt glaube ich direkt hier nehmen. So, da haben wir das erst. Ich kann nochmal gerade die anderen zwei Sachen nehmen. Und dann war's das. Gut, dann haben wir ja gelost jetzt hier gerade. Gehen wir mal hier unten hin. Ah, ja. So, dann haben wir hier einen Dungeon. Ich glaube, wir müssen mal die Armbrust nehmen. Die ist, glaube ich, effektiver. Sphäre des Wächters. Tja, ich würde sagen, machen wir mal in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo macht, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, damit wir das nächste Video hochladen. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.